so, Healparler hat schon mal Lobby hier da wird schon mal das erstes da gehört Healparler, ne? ja da ist er da ist dann der eine ist Schieb, ist raus gibt den Dizzy, haben inline auf 4 Monk kriegt Clown Monk voll Clown Fitch schon auf Monk und auf Monk in 3, 2, 1 der Parler geht Schieb, voll Schieb ist raus gibt ihn nochmal Ink auf Wasser ja auf Stein, Entschuldigung Hala geht Last Schieb habt ihr was denn jetzt gehört? nein, ich brauche Ink, also ich brauche hier definitiv Hilfe Dizzy geht Schieb ah, 4 so Leute 3, 2, 1 Dizzy ist Fush Dizzy ist Fush und wieder auf Monk in 3, 2, 1 und wieder auf Monk in 3, 2, 1 auf Monk der Parler, ah die Parler geht Schieb voll Schieb ist wieder raus Schieb nochmal wieder raus ich schieb den Dizzy ich schieb den Dizzy und auf Monk in 3, 2, 1 go, Bubble hat er schon raus der hat nichts mehr ich schieb den Dizzy geht Schieb Monk geht Schieb haben wir einen Approach lassen lassen mal Kämen Roque Open ihn einfach komm zu Mh wie ist die nachher oben ich 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 Sollen wir jetzt zu Feuer oder wo sollen wir jetzt hier in der Rest bauen? Ja, wenn es ihr wieder umgestellt habt auf kurz, dann wäre Feuer ganz sinnvoll. Okay. Aber es ist nicht auf kurz gestellt, das ist schon mal schlecht. Okay, irgendwie jetzt Wasser. Und jetzt inken sie Wasser? Ja. Okay. Coming back. Coming back. Mage, halt den Warrior auf, ich versuche umzustellen. Ihr müsst erstmal Lava kurzstellen, was ist los mit euch? Ja, bin dabei, bin dabei, haltet ihn auf. Ja, ist kurz gestellt. Kriegt der Wasser durch? Nein. Ja, glaube ich nicht, dass Tepfidium um. Ja, nee. Wir haben erstmal Dings. Vorher umgestellt. Gleich den Warrior hier nuken, bitte. Ja. Ja, ich bin gleich dabei. Wenn der Tod ist, dann ist es schon... Ja, und jetzt einfach wieder Wasser, ganz ehrlich. So viele können doch gar nicht sein bei Feuer. Das geht doch gar nicht. Ja, die kommen schon alle zu Feuer, alle. Ich führ die raus. Alle in den Kreis rein. Jetzt Ring. Und gleich auf den Hill Pally. Ja, Hill Pally ist draußen. Der Dissi ist unten. Geht noch auf den Hill. Dissi geht. Schock-Way, wir rein. Schock-Way, wir rein. Holler geht schieb. Es sind alle drei Heile hier unten. Im Kreis bleiben, bitte. Dann ist unser. Wenn wir im Kreis bleiben, ist unser. Dann ist unser. Die lösen sich schon. Die gehen schon raus. Die versuchen... Bleiben raus. Komm, auf zu Wasser. Nein, ist unser, ist unser, ist unser, ist unser. Auf zu Wasser. Haltet die noch ein bisschen auf. Simon, dreht dich mal und hier mich hoch. Ah, wo bist du denn? Ja, ich bin selber da. Nein, ist der Fallschild. Du warst nicht in Range bisher. Okay, alles klar. Gut, alles klar. Bisher ist noch kein Inkaufwasser. Versucht mal, Lava aufzuhalten. Deine Tonnen. Ja, die sind alle Lava. Alles Lava, okay, dann komm. Nee, Simon, löst du dich? Simon, löst dich. Ah, fünf Ton tot, ey. Krass. Nee, die kommen ja inken. Ingen gehen wir? Auf Wasser. Äh, auf Stein. Nein, Feuer ist es. Entschuldige. Ja. Nee, okay, jetzt ist Wasser weg. Ja. Die fucking Leute sind denn das, Mann, ey. Die lösen sich einfach übel schnell und das bin auch was aus Zeug, die blöden Wichser. Dann bist du immer Stein. Ja, also hier sind's. Tausend oder so. Ja, Wasser könnten wir kriegen. Da ist keiner von denen, aber die werden bestimmt gleich her sein. Wir müssen hier weg. Das bringt nichts. Ja, weg, weg, weg von Wasser. Das bringt nichts. Ja, der Mage ist noch bei... Also ich bin jetzt bei Stein noch. Jetzt die Eule kommt hier. Die Eule kommt hier. Dann probiert mal, Lava zu halten. Feuer haben wir. Feuer haben wir. Äh, ich weiß jetzt auch nicht was. Dann versucht, Wasser einzunehmen. Die werden auf Lava gehen. Aber Lava ist durch, das kriegen sie nicht mehr. Aber ist jetzt Wasser, oder? Ah, die kommen zu Feuer. Keine Ahnung. Ja, aber Feuer ist durch. Die laufen berg hoch. Ah, mein Feuer ist nächstes. Jetzt geht mal auf Feuer. Geht mal auf Feuer. Es kann sein, dass sie dann... Weil das als nächstes Druck geht wieder. Die versuchen umzustellen, glaube ich. Go, Fechser. Oh, Fech. Fechser am Stand. Hat den Line. Du sagst zu mir, wenn du mal was brauchst, gell? Gebe ich dir einfach random. Geht's? Ah ja, das Problem ist, wir haben keinen Healer hier, ne? Ja, wir bräuchten noch einen bei Lava. Ja, ich glaube nicht. Ah, ne, die hatte mich knapp auf. Keine Ahnung. Ja, ich kann, ich kann da bekommen. Wasser kriegen wir nicht, ne? Ne. Lava ist. Da wär's, Mann, Alter. Nur noch die Eule. Oh, Mann. Ja, die sind mit den zwei Lohnen sowieso durch. Aber die kommen schon zu Lava. Die sind mit den zwei Lohnen eh durch. Da brauchen sie nur noch Käppen, das reicht dann schon. Naja, Lava sind sie jetzt auch schon wieder. Ja, die sind, die gewinnen jetzt eh. Eine Lohre 150, zwei Stück haben sie. Ist durch. Allein warst du schon an Damage drücken, ey. Ja, das ist krass. Die spielen auf 2K, ne? Ja, aber das Ding ist einfach, die haben auch gespielt wie die Weltmeister. Am Anfangswerk waren meine Dots keine drei Sekunden oben. Die waren alle weg. Mal lass sie kurz beenden. Das geht so. Mal, mal, mal. Wir haben halt auch zu wenig Dots im Prinzip. Wir haben halt auch zu wenig Dots im Prinzip. Wir haben die Spenden, obwohl dann eigentlich freundlich würde. Wir haben die Neue Quaves. Die